Musik Gerade als Hundesportlerin ist mir eine gesunde Ernährung für meine Hunde ganz besonders wichtig. Musik Deswegen füttere ich die Holistik-Linie von Winner Plus, denn diese versorgt die Tiere mit den wichtigsten Nährstoffen und ist hergestellt nur mit natürlichen Rohstoffen. Musik Da alle meine Hunde ganz individuelle Bedürfnisse haben, muss ich dementsprechend das Futter diesen Bedürfnissen anpassen. Musik Deswegen füttere ich Devi zum Beispiel zwischen ihren Würfen das Adult Holistik. Das ist ein sehr energiereiches Futter mit Reis. Und Ole, meinem Weltmeister in Rente, füttere ich das Sämmen und Potato ganz gern. Das ist glutenfrei. Und weil mir meine Hunde ganz besonders am Herzen liegen und die ganz besonders hohe Leistungen erfüllen, wie die Devi als Zuchthündin, kriegen sie von mir täglich ein Spritzer Lachsöl mit drauf für Omega-3-Fettsäuren. Sowohl Bio-Hefe für eine gute Verdauung oder Ole kriegt das Atro-Elastina dazu. Das ist gut für die Gelenke oder für die Weichteile, wie zum Beispiel die Bandscheiben, sind die Osteotaps super. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020